Bjarne fragt Pizmeat. Was bevorzugt ihr zu Fischstäbchen? Fischstäbchen werden im Endeffamilie traditionell tatsächlich mit Kartoffeln und Spinat gegessen. Also Kartoffeln und Spinat. Fischstäbchen gab es bei uns früher immer mit Blubspinat und entweder Kartoffeln oder Kartoffelpüree. Achso, was bevorzugt ihr zu Fischstäbchen? Fischstäbchen. Kartoffelpüree und Spinat. Habe ich immer früher gegessen. Habe ja schon lange kein Fischstäbchen mehr gemacht. Könnte ich einmal wieder machen. Zu Fischstäbchen passt gut. Ein Brötchen, Remouladensauce und zwei Blätter Salat. Und dann hat man so ein geiles Fischstäbchenbrötchen und das ist lecker. Zu Fischstäbchen bevorzuge ich Reis und dann eine geile, nicht Sour Cream, eine weiße, das ist Knoblauch. Knoblauchsoße und eine Knoblauchsoße. Äh, Reis, Knoblauchsoße und das war's. Das ist schon geil. Fischstäbchen